So, hallo! Ihr erinnert euch, wir haben die Schule vorgemacht. Jetzt kommt noch eine ähnliche Schule, die nennt sich 3 & 5. Wie ihr wahrscheinlich ahnt, hier geht es um Triolen und Quintolen. Und wir fangen gleich mit dem ersten Video an, mit der ersten Lektion. Ich schalte um auf Hände. Bei der ersten Lektion geht es darum, dass man praktisch die Triolen nicht wie gewohnt im Blues mit einer Hand spielt. Also, sondern auch hier spielen wir wieder mit zwei Händen auf zwei Becken. Das heißt, ich spiele hier, ich mache es mal vorne und die Hände. Das Ganze mit Bass-Drum und Snare-Drum dazu. Dann habe ich... Das war der erste Rhythmus. Der zweite Rhythmus... Das kann ich natürlich... Jetzt habe ich es mit drei Becken und Teil gespielt. Das kann ich auch mit Kuppe machen. Oder natürlich mit anderen Becken, Huck-Glocke und so ein Stückes. Viel Spaß beim Üben!